Wenn aus SMART genial wird, wenn aus vertrauensvoller Kooperation eine Allianz wird, dann kommt zusammen, was zusammen gehört. Entdecke den Digital Leader in dir und übernimm die Führung deiner digitalen Businesswelt. Du hörst den Genius Alliance Podcast. Du bist Unternehmer und möchtest die nächste Evolutionsstufe der Digitalisierung erreichen? Dann starte jetzt und gewinne neue Kunden im Online-Dschungel. Mit starken Interviews, wertvollen Erfolgsstrategien und hoch spezialisierten Digitalexperten. Der Genius Alliance Podcast. Von und mit Founder und CEO Norman Müller. Herzlich Willkommen zu dieser ganz besonderen Podcast-Folge. Ihr habt schon gemerkt, am Intro ist ein bisschen was anders als sonst. Und auch der Titel dieser Episode ist verheißungsvoll, nämlich Podcast Reloaded haben wir da reingeschrieben. Und ich möchte euch heute in dieser Podcast-Folge mitnehmen auf eine Reise der Transformation. Also wie werden wir den Podcast hier vor allem für euch weiterentwickeln, sodass ihr davon noch viel mehr Nutzen habt als sonst. Und wir werden über eine ganz besondere Challenge sprechen, die, ja ich muss zugeben, sehr hart ist für euch, für das Team und natürlich für mich. Also bleibt dran, wird eine ganz spannende Geschichte heute. Warum wollen wir diesen Podcast weiterentwickeln? Weiterentwickeln deshalb, weil wir diesen Podcast schon seit 2015 machen. Und ich habe schon die eine oder andere Episode darüber produziert, wie das so angefangen hat. Ja, wie hemdsärmlich. Also ich erinnere mich aber immer gerne daran zurück. Also ich habe immer ein ganz konkretes Bild, wenn ich so die ersten Folgen habe, von dem Büro, in dem ich damals saß. Und dem Equipment, was ich damals hatte, weil ich es auch nicht besser wusste. Und ich habe einfach angefangen. Und das ist ja auch das, was ich euch immer wieder erzähle, gar nicht so in diesen professionellen Modus reinzukommen, egal ob das jetzt ein Podcast ist, ob das jetzt Unternehmen ist oder so. Du hast eine Idee und du musst diese Idee einfach verfolgen, es einfach tun, einfach machen. Ja, das ist so wichtig. Und deswegen werden wir die Veränderung dieses Podcasts hier live mit euch dokumentieren. Das bedeutet, wir haben kein Konzept entwickelt, ganz bewusst und das Ding hier für, weiß ich nicht, fünf, sechs Wochen vor produziert, sondern wir werden, und ich komme nachher gleich zu dieser Challenge, ist sehr wichtig, sondern wir werden das wirklich so machen, dass ihr auch alle Fails mitbekommt, die durchaus möglich sind. Okay, ich möchte euch sagen, und damit komme ich zu der Challenge, ich ziehe das jetzt einfach vor, dass wir diesen Podcast zu einem Daily-Format machen wollen. Das heißt, wir wollen jeden Tag für euch auf Sendung gehen, von Montag bis Freitag. Jetzt könnt ihr euch vorstellen und sagen, okay, meine drei die Woche waren schon echt heftig. Also das war so die Diskussion bei uns im Team intern. Und jetzt soll das auch noch täglich werden? Na, gute Nacht. Es ist wirklich eine große Herausforderung, ein tägliches Format zu machen und deswegen brauche ich eure Unterstützung. Ich brauche euch, denn wir brauchen coole Storys, wir brauchen coole Fragen, wir brauchen coole Tools und Hacks und was auch immer euch sonst noch einfällt. Und natürlich Empfehlungen für Podcast-Gäste, weil nur dann können wir so ein Daily-Format auch wirklich aktiv füllen. Und wir wollen natürlich von Anfang an vermeiden, dass wir irgendwo eine Lücke haben, sondern wir wollen wirklich von Montag bis Freitag auf Sendung gehen. Und da ich ja immer von diesem Lean-Startup spreche und diesen einfach Anfang, diesen Perfektionsgedanken über Bord werfen, stellen wir uns natürlich auch der möglichen Problematik, einfach mal morgen oder übermorgen nicht auf Sendung gehen zu können. Wir versuchen das zu vermeiden. Wir werden jeden Tag, den wir nicht auf Sendung gehen, einen Geldbetrag spenden. Ich werde dazu noch einen Extra-Post machen. Okay, also wir werden in diesem Podcast verschiedene Formate haben. Und zwar werden wir, das sind fünf Stück, einmal das Hidden Champions Format haben. Wir wollen hier mit Gründerinnen und Gründern sprechen oder mit Unternehmer und Unternehmerinnen sprechen, die mit ihrem Vorhaben bisher erfolgreich waren oder Erfolge verzeichnen konnten und uns darüber erzählen. Und vor allen Dingen erzählen, wie das erfolgreich geworden ist. Das ist immer wichtig. Wir versuchen, das Muster zu erkennen und dann eine Systematik zu entwickeln, sodass wir dann adaptieren können und sagen können, okay, was war das Learning? Was kann ich vielleicht für mein Unternehmen übernehmen und besser machen? Wo ist die Abkürzung? Wo kann ich ein bisschen schneller sein, als wenn ich die Fehler alle selbst machen würde? Ein kurzer Hinweis an dieser Stelle auf unseren neuen Podcast-Sponsor New Lunch. Wenn du deinen Mitarbeitern etwas Gutes tun und vor allem auch für neue Fachkräfte attraktiver werden möchtest, dann schau dir unbedingt New Lunch an. Das Team um die Gründer Michel Menden und Sven Köhler kümmert sich um subventionierte Mitarbeiterverpflegung. Durch steuerliche Essenszuschüsse. Das heißt, der manuelle Belegcheck und undurchsichtige steuerliche Vorgaben gehören damit der Vergangenheit an. Das Ganze funktioniert natürlich ganz smart über eine Mobile App mit einem digitalen Marktplatz und kooperierenden Restaurants. Essenszuschüsse sind ohne Frage schon lange eine beliebte Möglichkeit, die Steuerlast sowohl für das Unternehmen selbst als auch für die Angestellten zu optimieren. Und das ist nun endlich von New Lunch bedingungslos digitalisiert worden. Also minimaler Aufwand und direkte Benefits für deine Mitarbeiter statt umständliche Rückerstattungsprozesse über die Gehaltsabrechnung. Tut mir einen Gefallen und schaut euch unbedingt diesen tollen Service von New Lunch an. Geht dazu ins Netz auf www.newlunch.de oder auf den Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Und wenn ihr bei eurer Kontaktaufnahme noch Genius Alliance erwähnt, bekommt ihr ganz sicher auch noch ein Special Deal. Also Hidden Champion Format ist ein Interview Format mit Unternehmerinnen und Unternehmern, um von ihnen zu lernen, von ihren Erfolgen und Misserfolgen. Gab es auch schon mal, war ein sehr erfolgreiches Format, werden wir jetzt wieder aufleben lassen. Wie viele das sind in der Woche, wer weiß. Je nachdem, wie wir das zeitlich auf die Reihe kriegen, werden das vielleicht 1, 2, 3, 4, 5 Formate sein, jeden Tag eins. Oder vielleicht auch Nummer 1 die Woche. Und die anderen Formate, die ich jetzt nenne, die füllen das Ganze dann auf. Zum Beispiel haben wir das ganze Thema genannt Startup Story. Das heißt, ihr könnt als Startup unseren Podcast kapern, indem ihr eine Story aus eurer Gründergeschichte hier zum Besten gebt. Das kann eine Erfolgsstory sein, das kann aber auch eine Story sein, wo ihr irgendeinen Missgeschick oder Misserfolg hattet und uns erzählt, wie ihr da wieder rausgekommen seid. Also wenn ihr das hier mit uns teilen wollt, freuen wir uns natürlich sehr gerne. Und ihr könnt natürlich auch Werbung machen für euer Unternehmen. Denkt dran, in diesem Podcast hier hören viele Unternehmer mit, die vielleicht sogar Co-Founder werden könnten oder Mitarbeiter, die vielleicht morgen bei dir anheuern oder Investoren. Also diese Bühne wollen wir euch ganz aktiv durch dieses Daily Format zur Verfügung stellen, die Kontakte herstellen. Und ein wichtiger Part ist natürlich auch die Genius Alliance University. Natürlich mit den Shownotes zu diesen einzelnen Podcast-Folgen, aber auch um euch zu connecten. Also Genius Alliance University ist eine Community. Das heißt, ihr könnt euch hier mit Investoren, Mentoren, Top-Experten, Digital-Experten, anderen Gründern austauschen und verbinden. Die dritte Kategorie wird eine sehr wichtige Kategorie werden. Tools und Hacks hatten wir auch schon mal. Habe ich sehr, sehr häufig Rückmeldungen bekommen, dass das wiederkommen soll. Also mit Tools und Hacks meinen wir da mit, wir werden euch Software vorstellen, die eure Abläufe verbessern. Wir werden euch Prozesse vorstellen, die euch produktiver machen, die euch Arbeit abnehmen, die vollautomatisiert besser funktionieren. Beispielsweise, also all das in dieser Kategorie Tools und Hacks. Dann gibt es natürlich noch die Kategorie, meine Lieblingskategorie muss ich sagen, Ask Genius. Das bedeutet, ihr könnt uns eure Fragen per Voice Message schicken und wir beantworten das hier im Podcast. Das muss nicht immer ich sein, der die Antworten gibt, sondern wir können uns natürlich auch Kollegen, Top-Experten dazu holen, die dann auf eure Fragen antworten. Also richtig schwierige Fragen stellen, bitte. Wir haben übrigens auch in den Show Notes dieser Podcast-Folge mit dazu geschrieben, wie ihr uns dazu kontaktieren könnt. Also einfach über die Kommentarfunktion oder ihr könnt mir auch direkt einen Live-Chat schicken unter eure Voice Message zum Beispiel oder einfach die Kontaktaufnahme oder eine Interview-Empfehlung oder dergleichen. Also das alles über die Plattform. Und fünfte Kategorie werden die Solo-Specials sein, die ihr schon gewohnt seid. Dazu dann halt, je nachdem wie wir das mit den Interviews machen oder die anderen Kategorien bevorzugt werden, dann jeden Tag einen Impuls für euren Tag. Nochmal der Aufruf an euch, nutzt diese Plattform für euch, nutzt diesen Podcast. Meldet euch, wenn ihr Lust auf ein Interview habt, meldet euch, wenn ihr jemanden kennt, der unbedingt ins Interview-Format muss, damit das Unternehmen sichtbarer wird. Wir freuen uns auf wirklich tolle Geschäftskonzepte, dass wir die hier präsentieren können, dass wir die mit euch diskutieren können in der Genius Alliance University. Vielleicht sogar einen Investor finden oder einen Co-Founder. Also dort mithelfen, wo ihr gerade einen Engpass habt. Also das ist uns ganz wichtig, dass diese Bühne hier euch gehört und ihr die mitgestalten könnt. Deswegen nochmal der Aufruf. Es ist eine echte Challenge, ein Daily-Format zu machen. Leute, ich habe ein bisschen geschluckt, als ich das das erste Mal mir überlegt habe. Aber ich glaube, dass das der größtmögliche Impact einfach für euch ist, auch jeden Tag connected zu sein. Miteinander, mit uns, mit den Themen und die Impulse einfach auch umsetzen könnt. Die Podcast-Folgen werden dann wahrscheinlich nicht so lang sein, so maximal 10 Minuten. Aber ihr könnt das gut so mitnehmen als Takeaway für euren Tag und dann schauen, hey, das ist cool, das setze ich um. Schreibt mir das auf und go. Umsetzung. Umsetzung ist das A und O. Gar nicht so viel Theorie, sondern wirklich in die Umsetzung gehen. Und deswegen machen wir das jetzt mit dem Daily-Format auch, ohne großartig zu konzipieren und sofort zu produzieren. Wahrscheinlich werden jetzt ganz viele Podcast-Profis, die ich ja auch kenne, die Hände irgendwo im Kopf zusammenschlagen. Aber du musst in das kalte Wasser reinspringen und das macht jeder von euch, der eine Company aufbaut. Und deswegen machen wir das auch. Also, wir zählen auf euch. Helft uns mit. Schickt uns Content. Schickt uns Leute, die wir einen Podcast holen sollen. Dann teilt eure Hacks und Tools und Prozesse und schickt uns irgendwie eine coole Frage per Voice. Dann machen wir daraus gemeinsam eine Podcast-Folge. In diesem Sinne, ich bin raus. Danke fürs Zuhören und drückt uns die Daumen, dass wir das schaffen. Bis dann. Ciao. Tschüss. 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 Vielen Dank.